Pflechtlektüre von Übererde. Wenn du auf Zustimmen und Fortfahren klickst, bindest du dich an die Bedingungen der Euler. Rules are made to be broken. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit. Folgende Meldung. Die Mangeland Aufmerksamkeit wird als Verrat gewertet. Super! Übererde. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Demokratie. Unsere Lebensweise. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Mann! Süße Freiheit! Nein! Loll. Kennen Sie das? Ja. Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Der Blick war in der Nächste. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Karniger. Werden Sie ein Helldiver. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiß ich Bescheid. Achtung. Verschlüsselte Übertragung empfangen. Entschlüsselung. Klassifizierung streng geheim. Verteidigungsministerium. Abteilung für Helldiver Bereitschaft. Ursprungsstation Mars. Memorandum für Helldiver Bereitschaftskommando. Betrefft täglicher Rekrutierungsbericht. Neu-Rekruten insgesamt 48.736. Durchschnittliches Alter 18,7. Durchschnittliche Kampfbereitschaftswertung 27,1. Durchschnittliche Patriotismus. Amen. Boah. Ich kann kaum glauben, dass wir bald Helldivers sind. Nähern uns der LZ. Nächster Rekrut bereit machen. Die Galaxie befreien. Barks erledigen. Echt ein Traum. Viel Glück da draußen. Wir sehen uns an der Front. Jetzt sind sie auf sich allein gestellt. Oh, geht schon los. Okay. Okay, gucken wir mal. Das bin ich. Wer ist hier bewegen? Kann ich springen? Rechtsklick, linkklick. E, F, G. Keine Spritzen mehr. Oh. Keine Spritzen mehr. Helldivers. Training Facility. Okay, blablabla. Earn your cape. Uh, ich will einen Cape haben. Tabulator. Ah. Karteanzeigen. Halt rechts auf geöffneter Karte zum Umsehen. Ah. Ah. Wer muss ich hier hin? Linksklick, um Weg zu um die Platte. Ja. Wegfuß, ich habe gerade... Mh, werden auf deinen Kompass angezeigt. Ah, okay. Verstehe. Okay. Easy going. Okay. Bild. Oh, ich habe Ausdauer. Hm. Wie stört es mich, dass man nicht springen kann? Willkommen zum Hildalva-Training. Ihr Ausbilder erwartet sich schon. Gehen Sie weiter. Okay. Do you on the other side? Hello from the other side. Glückliche Dudes. Das ist bestimmt eine coole Einrichtungsstätte. Achtung. Ich bin General Brash. Der älteste und grauhaarigste Kriegsheld von Übererde. Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Das Helldiver-Training ist das härteste der Galaxie. Aber das scheint sie nicht zu schrecken. Beeindruckend. Genug geplaudert. Die folgenden Hindernisse werden ihrer ausgezeichneten Form alles abverlangen. Jetzt zählt es. Es wird ernst. Auf geht's, Soldat. Okay. Kein Problem. Warum ist hier Blut? Halt die Dings. Er sprinte. Okay. Boink. Halt. Der ist aber sprinte. Sie werden ihre Hände nicht zu verwenden. Okay. Boink. 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 In all den Jahren habe ich so eine Meisterleistung noch nie erlebt. Danke. Danke. Sie sind offenbar bereit für unseren realistischen Schlachtfeld-Simulator. So gealt, um Liegestellung zu sprinten. Lol. Das ist ja geil. Wee. Boop. Boop. Oh mein Gott. Boop. Wie geht es dir? Wee. Okay. Das kann ich gut. Das kann ich gut. Warte. Warning. Stay down. Stay safe. Alter. Oh Gott. Bitte sag mir jetzt nicht. Ich muss gegen so ein... What the fuck? Oh mein Gott. Oh. Ich glaube, es ist so toll. Du bist nicht dafür da zu sterben, oder? Danger. Hier. Hier, die ich das machen soll. Das ist uncool. Einwandfrei. Oh mein Gott. Wie ich immer sage, die beste Simulation ist eine echte Simulation. Aktivieren Sie jetzt den Verletzungs-Simulator. Wie? Ich soll den... Ich stich den wieder auf. Das ist die Leiche von gerade, ne? Ach du Scheiße. Ich bin ein extra. Na gut. Du scheinst Spaß zu haben. Ich wurde gerade zerfetzt. Das ist doch nicht lustig. Was ist denn ein Verletzungs-Simulator? Bitte sag mir nicht, ich werde jetzt verletzt. Ich werde jetzt verletzt, ne? Ich verblute! Zusammenreißen, Soldaten! Schnappen Sie sich die Spritze und verhalten Sie sich! Ja, so gut wie neu. Jetzt aufgefallen! Sie treffen nun auf den Erzfeind der Demokratie, Rekrut! Der Erzfeind der Demokratie! Alter, what the hell? How to exterminate? Da kommt er, ein Terminid. Die Geißel der Freiheit. Zu den Waffen und zeigen Sie dem Vieh, was Freiheit bedeutet. Grab a fistful of freedom! Was? In a trade and detonate. Oh mein Gott. Okay. Ich habe einen Peacemaker. So. Auch noch? Volltreffer, Soldat! Räuchern Sie das Nest jetzt mit einer Granate aus! Ansonsten werden Sie immer wiederkommen! Drücke G, um Granate schnell zu werfen. Was für ein ungeheurer Wurf ab! Danke! Auch zum nächsten Bereich! Bizeps-Training! Hallo Klägenmeister! Was geht? Sehen Sie nach oben, Rekrut! Das ist ein Überzerstörer! Und seine mächtigen Taktikausrüstungen gehören ganz Ihnen! Erledigen Sie die Bugs mit einer Taktikausrüstung! Gehen Sie dafür nur ein paar Schritte zurück! Gehen Sie zurück! Okay! Explosive Rage! Steuerung! Orbital-Präzisionsschlag! Hä? Gehen Sie so einen Ball werfen und... Let's go! Und das war gar nicht so gut, ne? Breit! Äh... Störung! Gut aus, ne? Ja, gut, ne? Ein Sieg für die Demokratie! No Diving! Gut gemacht! 100 Rated for Deepwater! Ah! Würde ich ja schon einmal kurz gerne probieren! Wie war das? Man soll hier nicht diven! Geht auch gar nicht! Okay! Dann wir hier... Oh, warte, das ist wieder so ein... Nächste Lektion! Helldivers kämpfen in Trupps! Hier, Ihr neuer Kamerad! Ein erstklassiger Soldat, Ihr Waffenbruder! Ein gestellter Bund, der durch nichts zu brechen ist! Bis jetzt! Oh! Hier ist Ihre wahre Lektion, Soldat! Kameraden können und werden ständig tragisch ums Leben kommen! Mit der Taktikausrüstung Verstärkung ersetzen Sie ihn mit einem anderen... Helldiver! Wie? Wie ich ersetze ihn damit am anderen Not? Verstärkung! Easy going! Verstärkung! Bitte! Hey, how's up there? How are you? Gut gemacht, Soldat! Es gehört viel dazu, um über den Tod eines Verbündeten derart schnell hinwegzukommen! Hahaha! Ja! Easy going! Setz mal an, warte hier! Blue Team means Delivery! Red Beam means Death! Ah! Okay! Ja, easy going! Easy going! Greifen Sie zu, Recruit! Jetzt geht's um alles! Nur Sie, Ihre Waffe und 2000 Megatonnen Sprengstoff auf engstem Raum! Geil! Hier noch was? Ein bisschen mehr Munition! Nachladen! Kleiner Hinweis! Wer sich bewegt, zielt auch schlechter! Für höchste Präzision sollten Sie beim Schießen stillstehen! Ich weiß nicht mal, wie man sich duckt! Was haben wir hier? Okay! Ach so, ich brauche hier eine Granate, ne? Geh, voll Granate! Diese dämlichen Viecher hatten keine Chance gegen einen genialen Taktiker, wie Sie es sind! Sie sind so gut wie unschlagbar! Wüsste Bescheid! Auf geht's, Recruit! Jetzt ist es Zeit, die großen Kanonen rauszuholen! Besorgen Sie sich mit der Unterstützungswaffen-Taktikausrüstung eine echte Waffe! Steirung! Steirung! Runter, links, runter, hoch, rechts! Und jetzt! Blau ist gut und schlecht! Habe ich mir gemerkt! There we go! Love is gay! Oh, it's the first time I'm playing this! Jetzt holen Sie sich mit der Nachschub-Taktikausrüstung mehr Munition! Nachschub! So, nochmal! Alter, wie oft muss ich diese Poké-Belle werfen! Großartiges Spiel, ja! Ihr kennt das alle! Oh! Wild! Oh! So, Soldat! Ihre Schulzeit ist vorbei! Der letzte Test steht bevor! Okay! 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 I'm ready! I'm ready, Leute! Dieser Bereich muss dringend von der Terminiden-Plage befreit werden! Terminal aktivieren! Ups! Ups! Eins, zwei... Hehehe! Wie der drückt! Okay, ich bin ready! Ready! So tadellos wurde das Terminal noch nie aktiviert! Danke! Hier muss irgendwo die Flagge von Übererde sein! Aha! Finden Sie sie und wissen Sie sie dort, wo jeder Ihrer demokratische Brachter heißt, die Flagge von Übererde rekrut! Hissen Sie sie im markierten Bereich! Zollen Sie ihr den nötigen Respekt! Okay. Das war klar. Wie schmeckt euch die Freiheit? Magazin leer. Was? Kann ich nochmal... Oh, 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 oh. Magazin leer. Wie kann ich denn meine Waffe wechseln? Oh, das ist nicht meine Waffe gewesen. Großartig gemacht, Rekrut. Schon jetzt haben sie die Demokratie weiter vorangebracht, als jeder Soldat, den ich kenne. Sie haben sich bewiesen. Jetzt können sie den Umhang anlegen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich diese Waffe verwende. Hä? Ich habe so eine richtig krasse Waffe eingesammelt. Wie kann ich die denn ausrüsten? Scrollen. Eins. Ah. Oh, jetzt habe ich die gar nicht probiert. Shit. Ja gut, egal. Waffe, schmaffe. Rauf auf die Plattform, Rekrut. Okay. Sie haben es verdient. Ja gut, ja gut. Großartiges Spiel lese ich die ganze Zeit. Boah, Leute. Ich bin hyped. Ich kriege einen Umhang. Ich bin ein fucking Super-Elf. Good morning. Das bin ich. Dankeschön. Ist so. Danke. Naja, 1,70, aber... Dankeschön. Oh mein Gott. Geil. Das war die einfachste Ausbildung der Welt. Er said, this is how easy education you could be. Okay, let's go. Das einzig wahre, schließe das Basic-Training ab. So, it means I'm... I'm an awesome killer now. Meets nobody. Nobody ever. Nobody ever. Won't give me the respect I need. Because I have a cape, you know. How is it? Beautiful, Leute. Easy going. Oh, die Bankama-Jäger. Ich bin am Start. Easy going. Haha, Bill. Whee! Whee! Ja, easy. Ich glaube, ich bin soweit. Ich glaube, ich bin doch jetzt, ne? Oh, ich muss da ja pink... Haha, ich bin gleich wieder da. Wieder da. Okay, äh, spielst du allein oder mit Team? Mit Team. Mit Team. Benenne deinen Überzerstörer. Stern der Stern der Sternen. Okay. Stern der Sterne. Okay, ich bin der Stern der Sterne, Leute. Oh mein Gott, wie groß kann es ich möchte zu sein? Oh mein Gott, yes! Hey, what did you hear that song? Ich bin eingefroren, ne? Glückwunsch zum beendeten Training, Herr Diver. Sie haben jetzt auf dem Schiff das Sagen. Der Demokratieoffizier erwartet Sie auf der Brücke. Willkommen im Galaktischen Krieg. Nice. Okay, ich ändere mich mal.